mit carrera first hat carrera eine autorennbahn herausgebracht die bereits für kinder ab drei jahren sehr gut zu fahren ist in diesem video stellen wir euch die edition mickey and the roadstar racers vor und zeigen euch nach dem bahnaufbau wie toll sich diese bahn fahren lässt das besondere an carrera first ist dass diese bahn nicht stromgebunden ist sondern batterie betrieben wird diese bahn beinhaltet acht kurven drei graden sowie eine startgerade weiterhin mickeys hot dog in hot road und donald's cabin cruiser und letztendlich natürlich noch ein paar brückenpfeiler ein paar banden und die kabel gebundenen joysticks zum gas geben hier nun aber ein paar eindrücke von der strecke und wie schön sich das fahren lässt wenn euch diese bahn gefällt haben wir euch einen link zum produkt in die video beschreibung unter dieses video gesetzt nun aber viel spaß mit noch ein paar eindrücken von der bahn so Vielen Dank. Vielen Dank.